Ich habe mir ein Bild von meinem aller aller Babyschatz auf dem Pulli drucken lassen. So ist er immer bei mir. Wir sitzen hier beim Essen nach dem Spiel mit den Jungs und Mädels. Und der Taki hat mir heute einen Ball aufgelegt. Der hat mir ein Tor geschenkt. Taki, today alles auf mich. Iss und trink so viel wie du willst. Ich zahle. Für dich. Alles. So viel wie du willst. Knall dir alles rein, Bruder. Ja gerne, für das Tor. Ich hab's auch Taki. Taki, Taki. Taki rechnet schon aus wie viel Burger er heute knallen kann, um mich pleite zu machen. Das ist unser Freund Matzel, der unbedingt eine PS5 haben will. Unbedingt ist Playstation. In unserem letzten Video hätte er fast eine gewonnen. Aber Mo kam ihm zuvor und Matzel war richtig gebrochen. Und weil er uns so leid tat, musste ich ihm einfach auch was besorgen. Zeit, einen kleinen Jungen glücklich zu machen. Matzel! Matzel. Ich glaube, du hast heute wirklich einen beschissenen Tag, oder? Das konnte ich mir nicht angucken, Bruder. Habe ich hier fast nicht. Wie am Matzel. Bist du schön. Ja, wie? Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß genauso wenig, was hier gerade abgeht, wie du. Alter Scheiße. Ja, ja, ja. Was ist denn da? Ich bin auch so ein Ding. Komm auf. Ja, ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können. Oh, warum? Ja, ja. Endlich hast du. Du hast noch eine Playsi. Endlich ein Playsi 4, Leute. Endlich. Jetzt hat er mich echt. Jetzt hat er mich echt. Gefiegt. Moment, er sucht immer noch da drin. Nein, ich will die wegfahren. Vielleicht ist da irgendwo noch eine PS5 drin. Wir sind jetzt bei Fischer in der WG, weil der Meli hat gesagt, der hat Sky. Das heißt, wir können Bundesliga gucken. Ich habe Sky. Wir haben sogar Taki dabei. Was muss der sich jetzt anschauen? Die Scheiße hier. Und keine Bundesliga, Alter. Was warst du da, Meli? Das ist der einzige Grund, warum wir dich hier auch eingeladen haben. Jungs, das wird auch The Zone gestreamt. Ach, geil, Alter. The Zone haben wir. Da kannst du wieder gehen, Meli. Perfekt, Alter. Ich schwöre, mein Gott, ne? Wir wollen mich komplett verarschen, alle. Zeig einmal deine Friese, Meli, Alter. Boah, Lakschuh. Weißt du, an wen du mich erinnerst? Zeig mal. Bewertet mal Melis Friese in den Kommentaren. Soll der so zum nächsten Kreisligaspiel kommen? Boah. Ey, das sieht aber geil aus. Ich glaube, einer freut sich da richtig, Alter. Taki? Was sagst du? Meine Mutter hat mich gerade gesagt. Sehr gut. Sehr gut. Bist du eigentlich Chelsea-Fan? Ja. Sag mal, einen Chelsea-Spieler. Ähm, Ding. Mateo Kocic. Sag mal, zwei. Junge, was willst du von mir? Es ist wieder Gym-Time. Heute habe ich auch Yvonne mit dabei. Es ist 22.30 Uhr. Und heute wird einfach unnormal. Boah, so anstrengend. Ich bin am schwitzen. 22.34 Uhr. Heute wurde einfach wieder krank durchgezogen. Ich meine, er hat dafür bezahlt. Dann musst du auch die letzten Reste da. Tschüss, Alter. Die haben einfach Batman hier. Und Yvonne macht das, was sie am besten kann. Man will einfach nur einen entspannten TikTok-Livestream machen, aber Gundi sagt nein. Ja, danke, Gundi. Vielen Dank. Danke. Ey, das ist Thumbnail-Material, Junge. Warte, zeig mir eine Platzwunde. Boah. Ohne Spaß. Tom einfach so am Filmen. Gundi knallt den Ball in Fresse. Handy springt am Kopf. Platzwunde.